Schokolade macht glücklich. Wer hat das nicht schon mal gehört? Aber ob das jetzt wirklich stimmt und auf welchen Ebenen es funktioniert, das möchte ich mir heute mal genau anschauen bzw. euch ein bisschen näher bringen. Denn, erstmal gute Nachricht, ja, Schokolade macht wirklich glücklich, aber es ist tatsächlich komplexer, auf welchen Ebenen es wirkt. Und nicht jede Ebene ist tatsächlich auch unbedingt sehr positiv. Aber da will ich mal genauer darauf eingehen. Also, warum macht es glücklich? Zum einen hat es was mit dem Rohstoff zu tun, dem Kakao. In den Kakaobohnen sind unterschiedliche Stoffe drin. Das sind einige sehr gesunde Stoffe drin, deswegen kann man es auch Superfood bezeichnen. Hier sind Stoffe drin, unter anderem, der ist ein Stoff, der heißt Tryptophan. Und Tryptophan ist eine Aminosäure, die unser Körper in Serotonin, in ein Glückshormon umwandelt, was uns zufrieden macht. Gleichzeitig sind hier auch Stoffe drin, wie Koffein und Theobromin. Das sind anregende Stoffe, die uns auch gut fühlen lassen, lebendig fühlen lassen. Das ist hier drin. Aber man muss wissen, dass es nicht in so einer hohen Dose ist. Also gerade dieses Tryptophan, Serotonin, ist hier sehr wenig drin. Wenn ich eine weiße Schokolade oder eine Milchschokolade habe, dann habe ich quasi überhaupt nichts davon. So, so, so geringen Dosen, dass es gar nicht wirkt. Höchstens in einer ganz dunklen Schokolade kann ich das vielleicht ein bisschen merken. Aber auch da ist die Dosis nicht so hoch. Man muss schon ein bisschen mehr dunkle Schokolade essen. Und das ist natürlich bei Schokolade ist die Menge natürlich immer auch eine Sache, bei der man aufpassen muss. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, warum Schokolade glücklich macht, die ja tatsächlich noch problematischer ist. Denn Schokolade besteht vor allem ja auch aus Zucker und aus Fett. Aus den beiden Stoffen. Kakaobutter, da habe ich das Fett und es wird normalerweise Zucker zugeführt. Je heller die Schokolade, desto mehr Zucker habe ich auch noch. Das heißt, gerade in helleren Schokoladen habe ich sehr viel Fett und ich habe sehr viel Zucker. Also extrem viel Energie, was unserem Körper zugesetzt wird. Sowohl vom Zucker als auch vom Fett. Und das ist etwas, was es nämlich in der Natur so gar nicht gibt. Also in der Natur gibt es entweder Lebensmittel wie Früchte, wo viel Zucker drin sind oder was Getreide, wo viel Kohlenhydrate drin sind, beziehungsweise kurzkettrige Kohlenhydrate sind ja Zucker. Das heißt, ich habe es entweder oder. Hier in diesem Produkt habe ich beides zusammen. Und da spielt unser Gehirn verrückt. Das freut sich total. Es belohnt uns, weil es ganz viel Energie bekommt auf einmal. Jetzt kann man fragen, warum? Das hat was mit der Evolution zu tun. Heute macht es uns eher dick, aber früher war es ganz wichtig, als wir in der Steinzeit noch selber durch die Steppe laufen mussten und unser Essen selber suchen mussten und die Menschen eigentlich immer an Unterernährung eher litten. Und da war es ganz wichtig, dass sie angetrieben wurden, immer wieder nach Nahrung zu suchen. Und sobald sie etwas gefunden haben, was Energie hatte, hat unser Gehirn uns belohnt dafür, dass wir diese Anstrengungen aufgenommen haben. Das war total wichtig und lebenswichtig damals. Und das ist immer noch in unserem Gehirn drin. Das heißt, unser Gehirn belohnt uns immer noch, obwohl es heute gar nicht mehr so gut ist. Denn ja, wir haben meistens eher zu viel Energie zur Verfügung. Aber das passiert tatsächlich, wenn wir Schokolade, also mit viel Fett und Zucker essen oder andere Lebensmittel, Belohnungssystem wird angestachelt. Ja, es werden auch Hormone, Glückshormone ausgeschüttet und da muss man natürlich vorsichtig sein. Ja, das ist eben bei anderen Fast Food auch, dass man einfach immer mehr haben möchte. Also ja, das macht glücklich, aber das ist tatsächlich eher etwas, wo man sehr vorsichtig sein muss bei dem Bereich. Und dann neben diesen, ich sage mal eher physikal-chemischen Reaktionen im Körper, gibt es auch die psychologische Ebene, die ganz wichtig ist beim Essen von Schokolade, die uns auch glücklich machen kann. Ja, aber Schokolade ist ja auch an sich sehr oft eine Belohnung gewesen, schon in der Kindheit. Man hat es bekommen, wenn man etwas gut gemacht hat, vielleicht gute Zeugnisse hatte, man hat es an bestimmten und tollen Festen bekommen, zum Geburtstag, zu Weihnachten. Das heißt, es ist sehr positiv, bei sehr vielen Menschen aufgeladen. Das heißt, wenn ich dann vielleicht heute Schokolade esse, erinnere ich mich auch direkt oder auch implizit an diese schönen Erlebnisse, die ich hatte. Ja, und das ist eben auch etwas, was uns glücklich machen kann. Und dann aber auch diese Ebene des sich-selber-Belohnens. Ja, dass man wirklich mal sagt, und das finde ich gerade schön bei einer guten Schokolade und gerade auch bei einer guten, dunklen, aromatischen Schokolade, dass man wirklich sagt, ich belohne mich mit etwas Besonderem selber. Ich nehme mir eine kleine Auszeit. Ich genieße. Ja, und das Tolle ist dann ja auch in dem Moment, wenn ich es esse, die Schokolade hat ja auch so eine einzigartige Konsistenz. Sie fängt an zu schmelzen. Das ist sehr sinnlich. Man kann sich wirklich darauf einlassen. Es gibt einen schönen, ein gutes Gefühl. Dann kommen die Aromen raus. Und bei einer komplexen Schokolade gehen halt sehr viele Informationen ins Gehirn. Auch darüber freut sich das Gehirn. Ja, es darf arbeiten. Auch da werden das Belohnungssystem angestachelt, angeworfen. Und wenn wir dann auch noch schlussendlich so ein bisschen verstehen, ah, warum schmeckt denn das so und ich das zuordnen kann, da belohnt uns unser Gehirn nämlich auch. Weil wir sind um ein Verständnis ringendes Wesen. Ja, und wenn wir Verständnis finden und haben, werden wir auch belohnt von unserem Gehirn. Und diese Ebene, tatsächlich psychologische Ebene, ist tatsächlich sehr wichtig. Und ich finde, die kann man wirklich besonders hervorrufen, dieses Belohnungssystem, diese Glückshormone, wenn man das bewusst genießt. Ja, und diese andere Ebene eher, wie gesagt, mit dem Fett und Zucker, wo man eher aufpassen muss. Und was das Thema Serotonine angeht, also die Stoffe aus der Kakaobohne, ja, sie sind da, aber eben in so geringen Mengen, dass es wirklich fraglich ist, ob das uns jetzt wirklich glücklich macht. Ja, aber natürlich dieser ganze Mix zusammen, ja, und dass man wirklich mal sagt, ein Stück gönne ich mir. Ich habe wirklich ja diese Glücksstoffe von ganz unterschiedlichen Seiten kommend. Und wenn das alles zusammen kulminiert, ja, dann kann man nichts anderes sagen als Schokolade macht glücklich. In diesem Sinne, bleibt neugierig.